Hallo, mein Name ist Andy Struppler und heute möchte ich mit euch über Selbst- und Zeitmanagement sprechen. Da gibt es viele Visionen, Versionen, wie man das machen könnte. Jedoch ist allen klar, wir müssen was tun, denn wir haben limitierte Zeit und diese Zeit wollen wir so gut wie möglich einsetzen. Ich bin hier in meinem Homeoffice und hier habe ich etwas, das mich immer wieder erinnert, dass die Zeit kurz ist. Und zwar habe ich hier in diesem Büro bei mir immer diesen Schädel, der mich immer wieder daran erinnert, die Zeit ist kurz. Irgendwann werde ich weg sein, wird alles vorbei sein und alles, was mir geblieben ist, ist die Zeit, die ich zur Verfügung gehabt habe und wie ich sie eingesetzt habe. Dieses Bild erinnert mich immer wieder, es ist entscheidend, wie ich meine Zeit manage, weil das ist mein grösstes Gut. Gut, die Zeit, die ich habe, ist in meiner Verantwortung. Wir haben oftmals diese Wolke in unserem Kopf, wo wir das Gefühl haben, ich muss so viele Dinge tun und es ist so ein Wir und die Fuss irgendwo in unserem Kopf, ist wie eine Wolke, wo man denkt, da ist so viel drin, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Alle wollen was, ich habe Termine, ich muss Dinge planen, ich bin hinten dran mit Arbeiten und so weiter. Und was ich jetzt machen möchte, ist eine kleine Übung, um diese Wolke ein bisschen zu entlüften, ein bisschen herauszufinden, was ist überhaupt da drin. Nimm dir einen Kugelschreiber, ein Blatt Papier und schreibe dir in eine Wolke rein, was alles in deinem Kopf im Moment los ist. Was für To-Dos hast du, welche Termine musst du erledigen, was musst du planen, wo machst du dir Sorgen, was beschäftigt dich und dein Kopf im Moment. Drück Pause im Video und nimm dir die Zeit, die du brauchst, um diese Wolke zu füllen und deinen Kopf zu entleeren. So, jetzt hast du alle diese Dinge aufgeschrieben in deine Wolke rein. Was du jetzt tust, ist, du kreist die Dinge ein, die du ändern kannst, die du bestimmen kannst. Und dann streiche alle diese Dinge durch, die du nicht ändern kannst, auf die du keinen Einfluss hast, die nur Sorgen sind, aber die du nicht ändern kannst. Die Bibel sagt im Epheser 5, achtet also genau darauf, wie ihr lebt. In diesem Kontext ist immer der Punkt, die Zeit ist kurz, du hast ein Leben, setze es sinnvoll ein, nutze die Zeit, die dir zur Verfügung steht. Die Frage ist immer, wie nutze ich meine Zeit am sinnvollsten. Und da würde ich das erste Schlagwort bringen, Prioritäten. Was hat Priorität gegenüber anderen Dingen? Und das kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Was ist mir wichtig? Ich sage zum Beispiel, Sport ist mir wichtig. Jedoch, wenn ich meinen Tagesablauf, meine Woche anschaue, ist oftmals keine Zeit für Sport. Und dann die einfache Ausrede, die ich oft benutzt habe, aber ich die auch immer wieder von anderen höre, ist, ja, es ist mir wichtig, aber ich habe die Zeit nicht dafür. Du hast Zeit für alles, was dir wichtig ist. Die Frage ist nur, sagst du nur, es ist dir wichtig, oder nimmst du dir Zeit, weil es wichtig ist? Sport ist mir wichtig, aber ich könnte jeden Morgen um sechs Uhr aufstehen und eine halbe Stunde joggen gehen. Es ist meine Zeit und meine Priorität für den Schlaf ist im Moment sehr viel aktueller oder sehr viel höher als meine Priorität vom Sport. Und nur ich kann es ändern. Das nächste Tool, das wir zusammen anschauen wollen, ist das Eisenhower-Prinzip. Der amerikanische Präsident Eisenhower hat gesagt, 80% vom Erfolg kommt von 20% der Dinge, die ich tue. In anderen Worten, wenn ich mir überlege, was sind die wichtigen Sachen, die auch sinnvoll sind, die auch ein großes Resultat geben, dann muss ich diese Dinge tun. So, jetzt zeige ich euch das Eisenhower-Diagramm. Am besten macht ihr ein Rechteck, das ungefähr so aussieht, mit vier gleichen Quadraten. Dann schreibt ihr hier dringend und nicht dringend. Auf diese Seite kommt wichtig und hier ist nicht wichtig. Wenn ihr das hier so seht, dann seht ihr hier die dringenden und wichtigen. Das ist der erste Quadrant. Hier haben wir die wichtigen und die nicht dringenden. Das ist Quadrant Nummer zwei. Dann haben wir die nicht wichtigen, aber dringenden. Darüber werden wir auch noch sprechen. Und dann hier haben wir die nicht dringenden und nicht wichtigen. Was gehört denn in diese Felder rein? Zum Beispiel wichtige und dringende. Das sind meistens Probleme oder Krisen oder Brände, die es gilt zu löschen. Das sind auch Deadlines. Dann haben wir den Quadranten drei. Dringend, aber nicht wichtig. Das könnten E-Mails sein oder Meetings. Oder das sind allgemein Unterbrechungen, die nicht wichtig sind, aber dringend. Auch Anrufe, die einfach reinkommen. Dann haben wir hier nicht wichtig und nicht dringend. Das ist zum Beispiel, das ist generell alles, was mit Spam zu tun hat. Ist nicht dringend, nicht wichtig, völlig irrelevant. Das sind unwichtige Anrufe. Das sind allgemeine Ablenkungen. Das ist einfach vielleicht auch das planlose Internet-Serven. Dann haben wir hier, und das ist der wichtigste von allen, wenn ich das hier so mal markieren kann. Das sind nämlich die nicht dringenden, aber die wichtigen. Und dieser Quadrant, das sind alles, was mit Vision zu tun hat. Das Planen, neue Möglichkeiten, Vorbeugen, Trends zu entdecken, Erholung. Alles diese Dinge, da gibt es noch viel mehr. Auch Beziehungen, alles was mit Beziehungen zu tun hat, ist hier in diesem Feld. Die sind nicht dringend, aber sie sind sehr wichtig. Was du jetzt tust, ist, du trägst alle deine To-Dos, die du in deiner Wolke hast, ein in das Eisenhauer-Prinzip-Diagramm und überlegst dir, welche Dinge sind wichtig und dringend, welche Dinge sind nicht dringend, nicht wichtig und so weiter. Trage alle diese Dinge in das Eisenhauer-Prinzip-Diagramm ein. Nimm dir diese Zeit, die du brauchst. Drück jetzt auf Pause. Wenn du das gemacht hast, hast du jetzt so eine Vogelperspektive über die Dinge, die wirklich entscheidend sind in deinem Leben. Eben, wo es sich lohnt, Zeit zu investieren. Das nächste, was ich anschauen möchte, ist das Ganze mit unserem multimedialen Multitasking-Lifestyle. Überall klingelt es, überall geht ein E-Mail rein, Instant-Messaging, ständig Notifications. Zum Beispiel kommt ein E-Mail rein. Und bevor ich die anderen, die noch zu bearbeiten sind, bearbeitet habe, sehe ich schon, klang, da kommt ein neues E-Mail rein. Und es nimmt meine gesamte Aufmerksamkeit. Aber mit diesem Eisenhauer-Prinzip fällt es mir jetzt einfach, zu diagnostizieren, was ich damit tun will. Erstens, ich kann sagen, ich muss es jetzt bearbeiten. Das zweite ist, ich leite es weiter. Das dritte ist, ich delegiere es jemandem anders. Oder ich entsorge es, werfe es weg, schmeisse es in den Abfall, weil es mir nur Zeit raubt. Es ist unsere Zeit, die wir ausgeben. Niemand bestimmt über unsere Zeit, nur wir bestimmen, was wir denken, was wir planen, was wir tun. Wenn es um Zeit geht, denke ich immer, wir müssen einen gesunden Rhythmus haben. Einen Rhythmus, wo wir Erholung haben, Spass haben, hart arbeiten und dann auch gut feiern. Und ich glaube, das ist der Rhythmus, wo ich in meinen Tag einbauen muss, meine Zeit ein bisschen planen. Wie ist mein Rhythmus? Einfach über den Mittag durcharbeiten bringt nichts. Wo sind diese Rhythmen, diese Pausen, wo ich konzentriert, fokussiert arbeite? Und wo sind diese Momente, wo ich entspannen kann, mich erholen kann? Bete. Beten und hören. Gott hat uns die Zeit gegeben. Wir können sie uns nicht erkaufen, wir können sie nicht verlängern. Gott ist der Geber der Zeit. Darum sprich mit Gott über die Nutzung und das Management der Zeit, die du von ihm zur Verfügung bekommen hast. Beten und hören, wie sollst du deine Zeit einsetzen, was sollst du tun oder eben nicht tun. Und zwar, wie sollst du deine Zeit einsetzen, was sollst du deine Zeit einsetzen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020